Moin Leute! Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum neuen Video. Heute gibt es die Highlights vom Trio Nobel Cup. Mit der Besonderheit, dass wir jetzt alle drei statt auf Maus und Keyboard auf Controller gespielt. Und ich kann euch schon mal sagen, this gameplay is gonna change your life. Ihr habt absolut interessiert. Ich habe so krasses Aim. Ich bin der absolut bester auf Controller. Ich überlebe mir sogar auf Controller zu switchen, weil ich so gut bin. Ihr habt genau die ganzen Highlights seht ihr jetzt im nachfolgenden Video. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal, dann wenn euch diese Art von Content gefällt. Auch noch gerne Feldokejohns, die eben eigenen Shop eintragen. Würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt möchte ich ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Abfahrt! Er ist oben! Ich brauche Hilfe! Oh mein Gott! Nein, 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 du musst ihn holen, du musst ihn holen! Jonas! Let's go! Oh mein Gott, Digga! Big Klatsch von mir an der Stelle! Halt die, ich hab zwei Krits gemacht! Big Klatsch von mir an der Stelle! Und die Ola ist halt gemütet! Let's go, Jungs! Oh, vor mir geht ne, vor mir geht ne, vor mir geht ne! Direkt close! Direkt close? Wo ist close? Hier unten! Rebooted, er rebooted! Da hast du ihn tüten! Er ist dead! Lüge, Lüge, Lüge! Er ist 60 Walt, 60 Walt! Auf den! Dead! Oh mein Gott, was ist das? Ich hab so einen O-Term! Im Haus, im Haus! Er geht drauf, Jonas, wir gehen rein! S1, S1! S-S-Track, S-Track, S-Track! Dance Party! Dance Party! Ey, wieder! Bitte! Dance Party! Let's go! Könnt ihr komplett weglesern? Der Töti! Crack fast! Fast cracked! Crack, crack, crack! Crack, crack, crack! Warte, 1 Spiel! Auf dem Berg, Jungs! Um auf dem Berg! Die kommen runter! Dead! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Let's go! Ich geh in den Busch ran! Finische! Geht nicht! Man kann nicht finischen! Was? Man kann nicht finischen! Mach den Bild kaputt! Mach den Bild kaputt! Okay, ein Portofon, ein Portofon! Crack! 1 Spiel! Jungs, ich kann den Ding kaputt machen! Es ist nur einer! Es ist nur einer! Töten, töten, töten! Ich hab ihn! 27 auf ihn! Was für den? Ja, ich lauf ihn auch hinterher! Oh! Danke, dass man den Ding kaputt macht, den Stein! Jungs, wir laufen in die Zone rein, ne? Auf mir, auf mir! Ist nicht gut, Jonas! Cracked! Dead! Hab ihn! Alles! Okay, kommt wieder hoch! Kommt hoch! Auf'n Pilz, Jungs! Auf'n Pilz! Auf'n Pilz! Ah, mein Overschild ist weg! Oh, ich bin ausgewichen! 넣 ist gleich Dakota's! 27 Er läuft! Jetzt geh ich an den Bergkant... Die sind auf der vor der vor der vor. Der ist wieder runter? Er kommt runter. Er ist unten. Cracked? Ja. Dead. Let's go. 1 dead. 2 dead. Let's go Jungs. Let's go Jungs. Einfach gewonnen Jungs. Die haben alle mit Controller gespielt Jungs. Let's go. 2 sind 2. Egal. Pushen wir. Deine ist oben. Progress. Es ist ein Spiel. Nein. Ich nehme Granaten. Oh mein Gott. Wix hat ihn. Wix hat ihn. Oh mein Gott. Da sitzt er. Da sitzt er still. In der Ecke. In der Ecke. Hier. Wix. Hol mich schnell. 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 Let's go. Gegner hier unten. Dead. Von der Brücke. Bei der Brücke. Einer ist auf der Leiche. Er ist 120. Let's crack. Maybe double heal in push. Ja. Lass ihn still double heal. Deer Deer Dein. Also nicht rein aber ran. Oh mein Gott. Das sind nicht meine Nades. Warten. Das mag ich nicht. Dead. Oh von oben. Von oben. Von oben. Wie viele leben noch? Ja noch. Okay. Er ist hier. Cracked. Dead. Nein es sind noch zwei. Warum habt ihr alle Aimball? Nein nein. Noch einer. Noch einer. Also jetzt noch einer. Aber es ist gesagt jetzt haben wir noch zwei gerechnet. Im Klo. Im Klo. Im Klo. Ja hier. Man kann es nicht abbauen. Hier im Klo drin. Da Estábuben. Na wo gehts drauf? Ja du. Wo gehts raus? Kannst nicht abbauen. Mir brauchen. Ne geamer weck. Geh mal weg. Nein nein. Bugibombe. Vielleicht. Machen wir Bugibomb drauf. De Andyy Decepticum. De Andyy Decepticum. Ey Jungs dédu튼 die mir 95 구 우리 geben. Ne. Alter, der hat so einen fette Schiss da drin, Digger. Wir brauchen Feuer. Ja, mit Feuer kriegt man die da raus, ne? Ja, mit dem Brennters ab, dann kriegen die Damage. Deshalb brauchen wir ein bisschen. Ja, ich bleib einfach davor stehen. One Minute later. Please don't kill me, it's my maid, schreibt er. Okay, okay, okay. We don't kill you. We will not kill you, I promise, bro, I promise. Ich versuche irgendwie da hochzukommen. Ne, nicht hoch, da sind zwei Leute dabei. Echt? Ja, die chillen oben auf dem anderen Berg, auf dem Highberg. Oh, das merke ich gerade, einer kommt runter zu den Wigs. Ja, einer ist one speed, oh mein Gott. Das ist crack. Ist scheiße. Er hat mich in den Port-O-Port geworfen. Ich habe irgendwie nur 50 geüttet. Schön, 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 schön. Schade, der ist raus, oben raus. Ist über dir, ist über dir. Er lebt auch, pass auf, über dir. Sengs, über dir. Na da, auf dem Dach. Spiel Pump, Spiel Pump. Füllen, schön, schön. Die, die in der Toilette-Shit haben, wurden einfach noch dritt an der Runde, Stadflaster-Gamer. Oh mein Gott, oh mein Gott, sogar. Was war das? Okay, Digga. Das meine ich. Nein, ich kann nicht bauen. Das ist es, es ist es, ich gehe mal von hinten ran. Was für saven. Okay, bin ich 27 gehittet. Bin ich 1 AP oder so? Splash mit, okay? 1-3. Sie pushen mich. Tschüss. Er ist cracked, er ist cracked, er ist cracked. Hab ihn. Dead. Beide sind low bei mir. Finishing. Kann mir splashen. Dead. Waren es bloß zwei oder was? Nein, nein, anders weggeflogen. Warte, Wix. Ich bin bei dir. Der kommt, der kommt. Was ist das noch on dir, oder? Brauch Hilfe. Cracked. Dead coming. Dead. Wichtig, schüttung. Wenn es immer cool ist, derjenige, der nicht getötet hat, immer als erstes Dead schreit, Digga. Ich habe, glaube ich, in dem Cup noch keinen einzigen Kill gemacht. Du bist so bad, Digga. Ich bin so ein Packer. Meine Augen, Trash. 10 Minuten. Wir laufen hier direkt vor uns. Ja, dann lass dich halten. 24. Ich sehe die nicht. 20, 40, 60. Cracked. 24 wide. Nochmal 24 wide. Nochmal 24 wide. Wie unten hast du es low? Ja, da fliegen mehrere. Da fliegt ja mit der Luft. Auf euch. Ja. Er ist hier unten gelandet. Hier unten. 60, 90. 90. Oh mein Gott, habe ich ihn gebeamt. Ich auf einen. Nochmal 30, der hinten meck geht. Er ist um 16. Ich chase ihn down. Big me. Er lässt mich danzen. Ich habe ihn. Ich habe ihn, nicht du. Ich habe ihn 26 wide gehittet nochmal, hey. Ich habe trotzdem den Kill, nicht du. Bin ich lustig? Cracked. Oh mein Gott, du bist da unten. Komm, wir riften Jonas. Das ist mir zu dumm jetzt. Dead. Ja, komm. Warte mal, wir splashen noch. Dead. Dead. Triple kill. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ey, der Ding hat echt triple kill gemacht. Wo bist du überhaupt? Junge, was mache ich hier? Hast du gerade vier Kills gemacht? Ja, da und so noch mehr. Wo? Hä? Bei mir. Cracked. White. Cracked. Hä? Ich habe glaube ich irgendwas angebracht. Ich stopp auf die drauf. Ich stopp auf die drauf hier. Ja, crack. Bei der Crack. Bei der Crack. Er ist Cracked. Oh mein Gott, oben ist er nach. White. Dead. One spiel. Hier, einer P auf meinen Marker. Dessen Lock. Mein Lock. Zwei Lock. Bitte, Jungs. Du musst ihn finishen irgendwie, ne? Die wollen mich finishen, bitte. We see, we see. Wir weg. Einer P, Einer P, Einer P, Einer P. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du eiks. Egal, WK schnell, WK schnell. WK schnell. Du kannst nicht mehr reviven. Einfach retten. Ey, wir lassen mal los. Um drauf, um drauf, um drauf. Mach, 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 mach. Mach deinen Touch-Bruck. Mach deinen Touch-Bruck. Ja, ich wollte das auch gerade achtmal sagen, Dinger. Aber ich hab das einfach nicht hingekriegt. Oh Gott. Ich kann nicht schießen. Dein. Let's go. Geil. Aufs Dach, oder? Oh, me, oh, me, oh, me. Da ist einer drin, da ist einer drin. 15, chillt. Auf dem Dach noch, pass auf. Alle 25 drin. Auf dem Dach. 24, 24. 24, 24. Ich hab eben minus 100 gehittet drinnen. Oh mein Gott. Craig, Wonspiel. Das Wonspiel, das Wonspiel. Ja, ich nehm mich hoch. Ich geh aufs Dach. Bin low. On me, on me, on me, on me. Digga. 130. Eine White, da ist eine Peer hier. Auf meiner Leiche liegt ein Rift, ne? Ihr könnt auch das Rift nehmen und durchziehen. Holt euch das Rift, Jungs, und zieht durch. Die Splashies. Die Splashies. Riftet, Jungs, vertraut mir. Riftet, 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 Riftet. Riftet, Riftet, Riftet. Riftet bei Shark. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, okay, geh hinter der Shark, dann kommen wir seine Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schieß nicht. Hoffe, dass das Ding funktioniert. Jetzt musst du schießen. Flieg, Junge, warum fliegt denn der nicht? Flieg nicht Gut, dass du keinen einzigen Hit getroffen hast So Leute, das war's mit dem Video Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen Lasst auch gerne ein Abo auf diesem Kanal Ich würde mich sehr, sehr freuen Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns dann im nächsten Video Bis zum nächsten Mal